Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ausgangspunkt meiner Ausführungen soll tatsächlich die Frage sein, worum geht es eigentlich in diesem Jahrhundert? Was zeichnet es aus? Sind es wirklich nur die Daten und Fakten zu Personen? Der Personenkult, den manche Historiker zu treiben pflegen, wie man sagen könnte, in getreuer Fortsetzung dessen, was seit alten Zeiten geschieht, indem die Mächtigen Geschichte aufzeichnen ließen. Und diese Aufzeichnungen werden dann ausgewertet, werden weitergesponnen und bilden das Kerngerüst des Selbstverständnisses der Geschichte. Ich meine, das ist zwar ein sehr wichtiger Teil, selbstverständlich, aber es ist nicht alles. Keiner der Mächtigen wäre an der Macht, wenn er nicht ein Volk, wenn er nicht Ressourcen als Grundlage gehabt hätte. Und die Frage ist, wie sich diese Ressourcen, die Lebensgrundlagen der Menschen entwickeln, welche Konsequenzen das hat für die historisch-politischen Geschehnisse und den Fortgang der Geschichte. Wenn wir von diesem Ausgangspunkt das 14. Jahrhundert betrachten und den gewohnten Blick, den man fast ein bisschen als Gartenzwergperspektive charakterisieren könnte, wenn man eine globale Sicht anstrebt, diese eingeschränkte Sicht auf Mittel- und Westeuropa verlässt, dann wird klar, dass sich sehr viel mehr und durchaus auch Zusammenhängendes in dieser Zeit vollzogen hat, quer über Eurasien hinweg, hinein in die Weiten des Pazifischen Ozeans, in Afrika und in beiden Amerikas. Und das ist es, was ich Ihnen zumindest bruchstückhaft in der gebotenen Zeit nahe bringen möchte. Und vielleicht können wir den einen oder anderen Gesichtspunkt dann im Arbeitskreis vertiefen. Geschichtswissenschaften und Naturwissenschaften unterscheiden sich in einem wesentlichen Aspekt, und das ist die zentrale Ausgangsthese. Wir haben keine Deckungsgleichheit der Zeiten, weil historische Daten von Personen oder Ereignissen, Kriegen und dergleichen aus naturwissenschaftlicher Sicht relativ bedeutungsschwach, um nicht zu sagen irrelevant sind. Wir brauchen eine andere Form von Abgrenzung, um dann gegebenenfalls, wo das möglich und geboten erscheint, die beiden Bereiche miteinander abgleichen zu können. Ich behaupte, das ist aber nicht schwer zu behaupten, wenn man ein wenig darüber nachdenkt, dass Veränderungen in der Natur, die von Dauer sind, also nicht kurzfristiges Wetter geschehen, das Leben der Menschen und der Völker ändert. Und dass sich Geschichte infolgedessen in der Wechselwirkung von Mensch und Natur, man müsste es wahrscheinlich umdrehen, von Natur und Mensch, denn das Primäre ist die Natur, vollzieht. Und dass sich die Krisen des 14. Jahrhunderts oder die Besonderheiten, die dieses Jahrhundert auszeichnen, aus Naturkatastrophen heraus verstehen lassen, die Bevölkerungen trafen, hier bei uns im Mittel- und Westeuropa, die schlicht zu groß geworden waren, die es nicht geschafft hatten, in ein Gleichgewicht mit ihrer Umwelt zu kommen. Nun, wo sind wir, wo befinden wir uns, wenn wir das 14. Jahrhundert betrachten? Klimageschichtlich in einem kaum erkennbaren Randbereich der nacheiszeitlichen Entwicklung, die hier beispielhaft aus Ergebnissen von Pollenanalysen aus dem alpinen Raum dargestellt ist. Sie sehen, wie die Temperaturen am Ende der letzten Eiszeit mehr oder minder rapide ansteigen, wie sich Zeiten abzeichnen, die erheblich wärmer waren, auch als unsere Gegenwart. Und dass diese zusammenfallen mit Phasen in der geschichtlichen Entwicklung, die ihnen allen vertraut sind. Die Entstehung des Ackerbaus und seine Ausbreitung in der ersten Phase, die ersten richtigen großen Hochkulturen in der zweiten, das dritte ist im weiteren Sinne die Römerzeit und das Klimaoptimum des Mittelalters. Und am Rande dieses Klimaoptimums, im Herbst des Mittelalters, wie die historische Bezeichnung lautet, befinden wir uns auf dem Weg in die Gegenwart. Das ist die zu behandelnde Zeit. Also ein kleiner Ausschnitt aus einem großen Prozess. Wenn wir die letzten 2000 Jahre in Bayern auf dieser Basis betrachten, dann können wir festhalten, die Römerzeit bis etwa 250 nach Christus war eine ausgeprägte Warmzeit, was bedeutet, dass sie günstig war für die Menschen, für die Bevölkerung. Die Völkerwanderung, in unserem Verständnis, gehört in die rund 500 Jahre währende Kaltzeit, die auf diese Warmzeit folgte. Das Mittelalter, wie ich schon betonte, das Hochmittelalter speziell, war eine ausgeprägte Warmzeit, das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit, eine Kaltzeit, die charakterisiert ist seit langem mit dem Ausdruck die kleine Eiszeit. Und in der Gegenwart befinden wir uns wieder in einer Warmzeit. Gemeinsames Kennzeichen ist, aber ich betone das, und Sie werden verstehen warum, dass das auf unsere Verhältnisse hier bezogen als Aussage gültig ist, dass die warmen Zeiten gute Zeiten waren für die Bevölkerung, die Kaltzeiten jeweils die Katastrophen gebracht hatten. Und das 14. Jahrhundert war in der Tat die Zeit mit der größten Dichte an Katastrophen. Wir können das in etwas verfeinerter Form anhand einer Kurvendarstellung nachvollziehen, die sich auf den Alpenraum bezieht, diese blaue Kurve, und wiedergibt, weil dafür recht gute historische Aufzeichnungen vorliegen, wie sich die Stände der Gletscher in den Alpen, speziell in den Schweizer Alpen, wo die besten Aufzeichnungen hierüber vorhanden sind, entwickelt haben. Nach oben gehende Werte bedeuten also Vorstöße der Gletscher, Höchststände, zurückweichende Warmzeiten, Gletscher schrumpfen und verschwinden großteils. Auch hier zeigt sich, dass das Hochmittelalter eine ausgeprägte Warmzeit war, in der zumindest phasenweise, und das sollte man buchstäblich hinunterschlucken, Wein aus Bayern nach Italien exportiert wurde. In der kleinen Eiszeit entwickelte sich dann so richtig erst die bayerische Bierkultur. Auch wieder aus naheliegenden Gründen, denn dann wurde es möglich, das Bier zu kühlen und entsprechende Verfahren lohnten. Ich will das nicht weiter ausführen, sondern es würde den Horizont, der von der Zeitspanne eines Jahrhunderts abgesteckt ist, sprengen, aber darauf hinweisen, in welche Phase die große Pest von 1347 bis 1352 fällt. Sie sehen das an dem Pfeil. Und mit den HWs bezeichnet die stärksten historischen Hochwässer. Und auch hier können Sie sehen, sie treffen in die Zeiten, in denen die Gletscher vorgestoßen sind, Höchststände erreichten und nicht in die Warmzeiten. Auch das gibt bereits einen klaren Zusammenhang, inwiefern und in welchem Umfang die Entwicklung der Witterung und wenn es sich um längere Zeitspannen davon handelt, des Klimas Einfluss genommen hat und sich auch in Zukunft in gewissem Umfang nehmen wird, auf die agrarische Produktion und damit auf die Grundlagen der menschlichen Existenz. Und dieser Bereich, der jetzt hier eingerahmt ist, ist die fragliche Zeitspanne. Mit dieser haben wir uns zu beschäftigen. Das ausgehende Mittelalter, der Herbst des Mittelalters ist also einzuordnen zwischen die Warmzeit des Hochmittelalters, betrifft ein Jahrhundert massiver Eisvorstöße, vor allem zwischen 1350 und 1450, ist charakterisiert, auch das ist historisch gut dokumentiert, durch große Rodungen, die im Wesentlichen die heutige Flurfeld-Waldverteilung erzeugt hatten, eingeschlossen die Wüstungen, also jene Gebiete, die wieder aufgegeben werden mussten, weil sich die Witterung, weil sich das Klima entsprechend verschlechtert hatte. Und es war gekennzeichnet, die ausgehende Warmzeit durch die Vorstöße von Europäern nach Osten, das werde ich Ihnen etwas genauer darstellen, was oft wenig beachtet wird, die Ostkolonisation, und umgekehrt das Vordringen von asiatischen Völkern aus dem Osten. Es war die Zeit, die auslaufende Zeit der Kreuzzüge und der Beginn des Erstarkens der Türken gleichsam als Erbe der Mongolen. Ich hoffe, Ihnen verständlich machen zu können, dass eine gewisse Systematik hinter diesem Geschehen steht, angetrieben und kanalisiert von den Veränderungen und den Rahmenbedingungen der Witterung. Ablesen lässt sich das an der Entwicklung der Bevölkerung. Und das sind insbesondere Neugründungen von Städten ein guter Spiegel für die Bevölkerungsentwicklung. Wir sehen an dieser Darstellung, dass die Gründung Münchens mitten in die Phase des besonders starken Anwachsens der Bevölkerung fällt und wir uns gleichsam mit dem 14. Jahrhundert im 2. Jahrhundert Abgrube Kondetau befinden, wie es in anderen Kulturen üblich gewesen wäre, die Zeit zu zählen. Und Sie sehen auch, dass in dieser Phase sehr plötzlich die Neugründungen von Städten aufhören. Das ist die Zeit der Katastrophen des 14. Jahrhunderts. Und als Beispiel unmittelbar davor, der Bau der steinernen Brücke in Regensburg war geboten buchstäblich durch extreme Niedrigwasserstände der Donau. Sie konnte in Trockenbauweise gefertigt werden, was bei anhaltend hohen Sommerwasserständen mit den damaligen technischen Möglichkeiten nicht möglich gewesen wäre. Eines von beliebig vielen Beispielen, die zeigen, in welchem Zusammenhang naturgegebene Verhältnisse und kulturelle oder wirtschaftliche Entwicklungen stehen. Wie sah es aus im Reich an dieser Wendezeit vom Hoch zum Spätmittelalter? Sie haben auf dieser Tagung bereits eine Reihe von Karten zu sehen bekommen. Ich will und kann die hier auch gar nicht weiter groß kommentieren, sondern sie lediglich als Grundlage bieten für das Phänomen, um das es dann gehen wird, nämlich dass die Grenze nach Osten weit weniger klar definiert war als nach Westen. Die politischen Abgrenzungen, anders ausgedrückt, verliefen sich im Osten in den Wäldern. Wir haben das im Falle Litauens gehört, dass die Ausdehnung dieses Großreichs, grob gesprochen fast von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, in der farblichen Darstellung natürlich einen anderen Eindruck erweckt, als das in der Wirklichkeit der Fall gewesen ist. Worum es aber geht, ist die grobe Feststellung. Grob muss sie sein, weil es an entsprechenden Daten natürlich mangelt im heutigen Sinne. Die grobe Feststellung, dass die Bevölkerung in diesem Großraum und hinüber nach Frankreich in diesen Jahrhunderten von weniger als 20 Millionen auf deutlich über 70 Millionen Menschen angewachsen ist. Wenn Sie berücksichtigen, wie viele Menschen gegenwärtig im deutschsprachigen Raum leben, dann können Sie vielleicht ermessen, was unter den heutigen Bedingungen für Anforderungen an die ganze Logistik der Nahrungsmittelerzeugung, Beschaffung und Verteilung gerichtet sind, um diese Menschenmassierung zu ernähren. Was das unter den Verhältnissen des Spätmittelalters bedeutet hatte, können wir uns nur sozusagen theoretisch vorstellen. Aber in der Praxis müssten wir wahrscheinlich nach Afrika gehen. Manche afrikanische Regionen spiegeln heute die Problematik einer viel zu groß gewordenen Bevölkerung bei nicht ausreichend vorhandener Logistik für Verteilung der Nahrungsmittel. Und in diese Phase hinein traf die große Pest und verursachte einen mehr oder minder großen, in der Gesamtmenge der betroffenen Menschen umstrittenen Rückgang der Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass Barbara Tackmann oder Tuchmann, wie wir sie auf Deutsch nennen dürften, mit ihrer Feststellung, dass ein Drittel oder mehr der Bevölkerung von England bis Westindien, also das westliche Indien, der Pest zum Opfer gefallen ist. Das ist wahrscheinlich übertrieben, aber ein Fünftel bis ein Viertel wird es wohl gewesen sein. Das war aber nur das Vorspiel für eine Entwicklung, die dann die eigentliche kleine Eiszeit kennzeichnete und die Sie kennen aus Bildern wie etwa von Peter Bruegel, dem Älteren. Das Bild Jäger im Schnee enthält etwas, was eigentlich verwunderlich sein sollte. Das ist nicht die Jagdpartie mit der Hundemeute, sondern dass die Leute auf dem Eis unten Schlittschuh laufen und in anderen Bildern von Aberkamp beispielsweise auch Eishockey spielen. Das lernt man nicht in einem Kältewinter. Es gab deren viele und das ist historisch gut dokumentiert. An der Seegefroerne des Bodensees und anderer Seen der Bodensee froh zwischen 900 und 1250. Wie Sie sehen, nur viermal zu, im 14. Jahrhundert aber fünfmal und in der Zeit der kleinen Eiszeit 28 Mal und seit 1800 dreimal. Allein solche Extremereignisse, die natürlich besser dokumentiert sind in den Quellen als die normale Winterwitterung oder die normalen Verläufe der Witterung im Jahr zeigen, dass sich hier etwas angebahnt hatte im 14. Jahrhundert, was dann wirklich einen massiven Rückschlag auch und gerade auch für die Nahrungsmittelproduktion im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit bedeutete. Das sind die Schlittschuhläufer im Aberkampschen Bild auf den Grachten von Holland. Es ist dann weiter dokumentiert, dass auf der zugefrorenen Temse Jahrmärkte abgehalten worden sind und dergleichen mehr. Nun, diese klimatischen Veränderungen brachten natürlich nicht nur mit der Kälte oder mit verregneten Sommern und schlechten Ernten Probleme, lebensgefährliche Probleme für die Bevölkerung, sondern es gab weitere Entwicklungen, die uns hinausführen über die Betrachtung des mitteleuropäischen oder westeuropäischen Raumes hinein in die weiten Asiens. Auch sie sind gut genug dokumentiert, dass wir sie entsprechend verwerten können. Das sind die Masseneinflüge von Wanderheuschrecken, die dann auch in manch gutem Sommer die Ernten vernichteten und die Bevölkerung erneut Hungerperioden aussetzen in Phasen, in denen es eigentlich wieder hätte besser gehen können. Und wenn wir das, was ich Ihnen für die Gletscher dargestellt hatte, das ist eine Kombination von Temperatur- und Niederschlagsverhältnissen, die Eis bilden oder Eis schmelzen lassen, denn man braucht die Niederschläge dazu, dass die Gletscher wachsen können. Wenn man das umdreht, als er dein Wärmeindex darstellt, wie hier geschehen, und die Einflüge der Wanderheuschrecken entsprechend einträgt, dann sehen Sie, die Heuschrecken sind immer dann gekommen, wenn es klimatisch schlechter ging. Und das scheint nun ein Widerspruch zu sein, denn die Heuschrecken sind als Insekten ja auch wärmebedürftig. Aber dazu müssen wir berücksichtigen, wo sie herkommen. Sie kamen, das wissen wir, aus den pontisch-sarmatischen Steppengebieten, also aus dem Osten, aus dem östlichsten Randbereich Europas und den Grenzzonen nach Innerasien. Warum kamen sie? Weil schlechtes Wetter, um es einfach auszudrücken, bei uns hier bedeutet hatte, dass es reichlich Niederschläge in diesen Steppen- und Halbwüstenregionen gegeben hatte. Reichlich Niederschläge bedeuten gutes Wachstum. Gutes Wachstum fördert die Massenvermehrung der Heuschrecken. Und anders als bei der Pest, auf die ich nur am Rande eingehe, weil Herr Bergtold ja dann einen ausführlichen Vortrag darüber halten wird, reagieren die Heuschrecken direkt mit ihrem Kommen auf die Witterungsverhältnisse ohne nennenswerte Verzögerung. Während die Pest, die Pesterreger mit gewissen Verzögerungen, weil sie Träger brauchen, zu uns erst kommen konnten. Aber der Zusammenhang ist nun deutlich genug und lässt sich ausspinnen, dass im Hochmittelalter die Mongolen so sehr erstarken konnten, dass sie das größte zusammenhängende Weltreich aller Zeiten schufen. Lag daran, dass es in den zentralasiatischen Steppen reichlich geregnet hatte, dass sich ihre Pferdeherden entsprechend vergrößern konnten, ihre Ressourcen, die Lebensgrundlagen, sich so sehr verbessert hatten, dass ein Volk erstarkte, das normalerweise, wenn man den langfristigen Gang der Klimageschichte betrachtet, eher am Rand der Existenzmöglichkeiten gelebt hatte. Hier ein Beispiel aus dem Einflug 1338 der Heuschrecken nach Bayern und die angrenzenden Gebiete, wie sie von Osten her gekommen sind. Die Daten liegen vor, auch Schilderungen, um welche Massen es sich handelt, selbst wenn sie übertrieben waren, was sicher der Fall war. Es wird nicht nur heute übertrieben in den Meldungen, in den Nachrichten, sondern es ist zu allen Zeiten so gewesen. Die Menschen brauchen die Übertreibungen ganz offensichtlich. So steht doch außer Zweifel, dass diese Heuschreckeneinflüge massive Ernteverluste verursachten. Und wenn wir jetzt nun die Geografie betrachten, eben in direkter Weiterführung der Entwicklungen hineinreichen in den zentralasiatischen Raum, das ist jene Zone, wie ich eben erzählt hatte, in der im Hochmittelalter die Gunst des Klimas, das Erstarken der Steppennomaden ermöglicht hatte. Ich zeige Ihnen die Karte aus einem besonderen Grund, weil Sie daraus entnehmen mögen, dass das Ursprungsgebiet der Mongolen auf derselben geografischen Breite wie München liegt, aber mit ganz wesentlichen klimatischen und ökologischen Unterschiede. Wir haben die Warmwasserheizung des Golfstroms, der eine völlig andere klimatische Situation in Europa schafft, als das unter den extrem kontinentalen Verhältnissen in Zentralasien der Fall ist. Und das Gelände ist ein Hochland mit sehr kalten Wintern und kein niedriggelegenes Gebiet wie in unserem Fall. Auch solche Hintergründe sind zu berücksichtigen, wenn es um Erstarken oder um Rückgang von Bevölkerungen, von Machthabern geht. Mit Europa in dieser Zeit, beziehungsweise in der Zeit unmittelbar davor, das hatte ich bereits angedeutet, stand unter Populationsdruck, wie wir das fachlich ausdrücken würden. Die Bevölkerung wuchs und wuchs. Städte-Neugründungen sind nur ein Teil des Problems, beziehungsweise der Lösungen, die Leute unterzubringen. Aber die Gründung der Städte ernährt nicht automatisch die Bevölkerung. Also setzte eine Ostkolonisation ein und gegen diese kam der Mongolensturm mit Gipfel 1241, also einem halben Jahrhundert vor unserer Phase des 14. Jahrhunderts, um das es geht. Dieser Bevölkerungsdruck macht vieles in den historischen Entwicklungen, wie ich meine, verständlich. Und Sie sehen auch, wie scheinbar isoliert Böhmen, das Königreich Böhmen, in dieser Entwicklung sitzt. Und ich habe den starken Verdacht, dass beides zusammen, die klimatischen Verhältnisse und die Gunst der Tatsache, dass Böhmen vom ersten großen Zug der Pest verschont geblieben ist, Karl IV. in jene Lage versetzte, die uns gestern eindrucksvoll geschildert wurde. Dass es nicht allein an der Person Karls IV. lag, sondern an den Umständen, unter denen er zu agieren hatte, was Zwänge bedeutete, aber auch Möglichkeiten. Dasselbe gilt in vorgeschalteter Weise für die Kreuzzüge und ihren Hintergrund, die Bevölkerungsentwicklung in West- und Mitteleuropa. Dass sie aus dem Kerngebiet des Anschwellens der Bevölkerung ausgingen, ist sicher kein Zufall. Und dass ausgerechnet jene Machthaber, die auch dann intern die größten Probleme bereits hatten, mit ihrer zu groß gewordenen Bevölkerung großes Interesse daran hatten, dass nicht nur Menschenmassen gen Osten zogen, um das heilige Land zu erobern, sondern auch unter Umständen missliebig gesinnte Adelige, die sich dort die Sporen verdienen oder sonstige Verdienste erwerben konnten oder auch Land bekommen konnten im heiligen Land und dessen Umfang. Das ist ja wohl auch klar. Und wenn wir die Kreuzzüge einordnen in die Bevölkerungsentwicklung, dann ergibt sich etwas, was uns heute fast fremd geworden ist, nämlich dass trotz extrem hoher Kindersterblichkeit von ungefähr 50 Prozent jedes zweite Neugeborene starb in den ersten Lebensjahren oder kurz nach der Geburt die Bevölkerung massiv anwuchs, ja warum? Weil die durchschnittliche Kinderzahl bei acht Kindern pro Frau lag. Das ist immer noch zwei zu viel, um die Bevölkerung auf einem halbwegs konstanten Niveau zu halten, was etwa 2,2 bis 2,3 Kinder pro Frau bedeutet hätte. Und dass der Kinderkreuzzug oder die Kinderkreuzzüge in genau diese Phase fielen, hat sicher auch diesen Bevölkerungshintergrund, die Bevölkerungsentwicklung war in rapider Zunahme begriffen und man wusste buchstäblich nicht mehr, wohin mit dem Nachwuchs. Nun könnte man meinen, das alles ist ja ein Spezialphänomen Europas und der Gartenzwergblick ist absolut gerechtfertigt, weil hier offensichtlich doch ein zumindest kontinentweites Geschehen seinen Brennpunkt hatte an dieser westlichen Halbinselperipherie Asiens. Aber dem ist nicht so. Wenn wir nach Amerika hinüberschauen, dass nun tatsächlich keine direkte Verbindung in jener Zeit mit Europa oder Asien hatte, dann gab es ähnliche Phänomene, auf die dann diejenigen, die den Arbeitskreis am Nachmittag besuchen, mit mir zusammen vertieft eingehen können. In den Wüstengebieten der Westküste Südamerikas ist das offensichtlich über Jahrhunderte sehr produktive und kulturell hochstehende Reich der Nazca-Indios zusammengebrochen. Sie hatten Scharbilder in der Wüste hinterlassen von gigantischem Ausmaß. Der Kolibri, den Sie hier sehen, hat etwa 180 Meter Länge und man fragte sich lange Zeit, weshalb werden derartige Riesenbilder erzeugt, wenn man sie am Boden gar nicht sehen kann. Das ist sozusagen etwas, was ich Ihnen schmackhaft machen möchte für die Diskussion am Nachmittag. Ich erkläre es Ihnen hier nicht. Was Sie sehen sollen im globalen Geschehen ist, dass das, was sich in Europa vollzogen hat, keineswegs isoliert ist. Wenn wir Amerika betrachten, das einen großen Vorteil mit sich bringt, weil es von Nord nach Süd sich praktisch, grob gesprochen, fast vom Südpolargebiet bis zum Nordpolargebiet erstreckt, dann sehen wir eine mehr oder minder kontinuierliche Abfolge des Unter- und Niedergangs von Hochkulturen bzw. Kulturen. Beginnen 650 mit den Nazca, 800, die Mayers, 1300, die Anasazi, Indianer in Nordamerika und schließlich der Untergang der Wikinger, der ab 1350 einsetzte, nachdem sie Jahrhunderte erfolgreich in Grönland gesiedelt hatten. Wir sind also tatsächlich im 14. Jahrhundert in einer Wendezeit, die charakterisiert war nicht nur durch die massiven Schwankungen Schwankungen und Wetterverschlechterungen zwischen 1350 und 1450 in Europa, sondern global. Und dazu jetzt nun ein paar weitere Hinweise auf das Geschehen. Europa verlagert sich zunehmlich in seinem Machtzentrum an den südwestlichen Rand, drängt hinaus aufs Meer. Amerika wird entdeckt. Im Vertrag von Tordesillas wird die Teilung der Welt beschlossen. Man muss sich die Ungeheulichkeit dieses Vorgangs vor Augen führen. Die eine Hälfte den Portugiesen, die andere Hälfte den Spaniern. Gut, das war mehr oder minder symbolisch, aber das ist auch gut, dass es so gewesen ist. Aber das Entscheidende war, dass diesen Entwicklungen, die in der Entdeckung Amerikas in der Kolumbus-Ära gipfelten, nicht nur die klimatischen Verschlechterungen vorausgegangen waren, sondern damit verbunden gewaltige Hungersnöte wie die von 1309 bis 1317. Und das lässt sich durch Rekonstruktionen der klimatischen Verhältnisse über unabhängige Daten aus naturwissenschaftlichen Befunden sehr klar darstellen. Das ist das Geschehen im 14. Jahrhundert mit plötzlich eintretenden, überwiegend nassen und damit auch kalten Perioden, mit wenig kurzen Erwärmungsphasen, während davor das mediterrane Mitteleuropa dominiert hatte, von rund 1200 bis fast 1350 herrschten eben diese mediterranen Verhältnisse. Ein völlig anderer klimatischer Typ, der hier in Mitteleuropa die Rahmenbedingungen setzte. Mit dem Ergebnis, dass Ernten Geschichte machten. Nur ist das Problem zu quantifizieren, in welchem Umfang sie Geschichte gemacht haben, die Schwierigkeit, Getreidepreise etwa überhaupt zu ermitteln und lokale Stichproben entsprechend zu verallgemeinern. Wir sehen zwar, dass in den Getreidepreisen ein drastischer Anstieg für die damaligen Verhältnisse sich ein bitterer im 14. Jahrhundert einsetzte, aber auch, dass die Preise zurückgingen. Logischerweise, als die Pest durchgezogen war, hatte die Bevölkerung weniger Bedarf. Richtig dramatisch wurde es dann erst im Kernbereich der kleinen Eiszeit mit Verteuerungen und entsprechenden Verlusten in der Bevölkerung. Auch verbunden mit Pest und anderen Seuchenzügen. Etwas besser lässt sich das darstellen an der Entwicklung der Reallöhne. Aus der Veröffentlichung von Gregory Clark, A Farewell to the Arms, A Brief Economic History of the World, ist ersichtlich, dass tatsächlich um 1350 ein sehr plötzlicher, rapider Anstieg der Reallöhne einsetzte, der dann wieder zurückging und dann noch einmal stark Anstieg in Nord- und Zentralitalien insbesondere und etwas zeitverzögert dann auch in den Niederlanden und in England. Die Datenlage ist natürlich unvollständig, ist dürftig, aber die Anzeichen sind klar genug, worum es sich handelt. Und in diese Zeit kamen verschiedenste weitere Katastrophen, wie die größten historischen Hochwässer, gut dokumentiert an Pegelständen, an flussnahen Gebäuden. Die Flut von 1342 übertraf alles, was historisch registriert wurde. Nicht nur in Europa, sondern auch in China und, wie es aussieht, ebenfalls in Nordamerika. Es gibt einige historische Bilder, etwa das überschwemmte Nürnberg bei dieser Jahrzehntausend-Flut, denn es ist nach den statistischen Berechnungen die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Flut einmal in 10.000 Jahren eintritt, dass derartig verheerende Überschwemmungen erzeugt wurden. Und es blieb nicht bei den Fluten der Flüsse, sondern es kamen auch die Sturmfluten. Wie Sie sehen, das ging dann im 14. Jahrhundert rapide los mit Sturmfluten, die bis zu 100.000 geschätzten Toten und mehr verursachten. Und die Anzahl schwerer Sturmfluten schaukelte sich auf, bis sie im 16. und 17. Jahrhundert gipfelte. Aber das 13. und 14. waren die großen Vorläufe dieser Entwicklung. Und da wurde die heutige Form der deutschen Nordseeküste im Wesentlichen erzeugt, was vorher Festland war, von Flussmündungen natürlich durchsetzt, wurde zu einem Inselgebiet, wurde zum Wattenmeer mit großen Flächen und Menschen und landwirtschaftlichen Landesverlusten. Sie sehen hier am 14. Januar 1362 die große Mandränke, die zweite Marcellusflut. In dieser Flut ging auch Runghold unter. Das war eine der ganz, ganz schlimmen Sturmflutkatastrophen an der Nordseeküste. An die 100.000 Tote sind geschätzt worden. Und so geht es weiter mit der Allerheiligenflut und den Nachfolgen 1570, 1634, 1717. Die Fluten, die das Gesicht der Nordseeküste formten, sind die Fluten der kleinen Eiszeit. Infolgedessen brach, weil das 14. Jahrhundert nun überhaupt nicht vorbereitet war auf diese Katastrophen, die Bevölkerung nicht nur wegen der Pest massiv ein, sondern sie war bereits geschwächt, Verlusten unterworfen durch die Hungersnöte. Die Pest war die zweite Pandemie nach der Justinianischen, 527 bis 565. Und der letzte große Ausbruch war 1771 in Moskau. Die Bevölkerung war viel zu stark angewachsen. Das ist die entscheidende Aussage. Und was bei uns die klimatische Verschlechterung bedeutet hatte, war in den Herkunftsgebieten der Pest eine besondere Gunst der Lebensbedingungen für den Nager, für die Träger der Pestbakterien, die dann über die Menschen, über Lungenpest, als solche vergleichsweise blitzschnell verbreitet werden konnten. Und zwar ausgehend von den Häfen, die mit Getreide aus dem Schwarzmeer- und Kaspi-Seegebiet beliefert wurden. Zwischenträger, die Ratten. Aber entscheidend war die klimatische Entwicklung, die es ermöglicht hatte, den Wüstenrennmäusen eine Massenvermehrung zu bescheren, den Hauptträgern der Pestbakterien, dass die Ratten infiziert und mit den Schiffen nach Europa transportiert werden konnten. Und es war dann tatsächlich eine Gunst der Umstände, dass Gebiete wie Böhmen nicht betroffen waren, aber sie waren die Gewinner. Sie waren die Gewinner dieser Katastrophen, wie es immer auch Katastrophengewinner gegeben hat. Herr Bergtold wird darüber ausführlich berichten. Ich fasse zusammen. Das 14. Jahrhundert ist durch die globale, globale Verschlechterung des Klimas gekennzeichnet. Im Westen, auf Asien bezogen, durch eine Serie von Missernten, durch zu trockene und zu nasskalte Sommer, mit vielen Hungertoten, mit dem schlimmsten Hochwasser 1342, mit der schlimmsten Sturmflut 1362 und zusammen mit den Auswirkungen der Pest, Bevölkerungsrückgang, da bleibe ich großzügig, weil die Faktenlage einfach zu dürftig ist, von rund einem Drittel der Bevölkerung, regional, lokal, sicher mehr. Im Osten hatten die verstärkten Niederschläge die Heuschrecken begünstigt, die direkt reagieren konnten, die Nager, die dann indirekt über die Verschleppung der Pest wirksam wurden. Gute Ernten im südwestasiatischen Raum begünstigten die Ausbreitung und das Erstarken der osmanischen Türken und die Getreidetransporte nach Westeuropa waren letztlich entscheidend. Das Fazit, Wetter, Klima und dann spezifisch Naturkatastrophen beeinflussen wesentlich nicht nur regional, sondern auch global die historischen Entwicklungen. Sie geben das, was, wenn wir die Geschichte als Fluss bezeichnen, die Uferstruktur vor. Was geboten wird im Rahmen der üblichen historischen Darstellungen, das sind die Wirbel, das ist das Gekräusel an der Oberfläche des Flusses. Aber wie stark er fließt und wohin die Richtung verläuft, das sind, so meine Schlussfolgerung, die ökologischen Vorgaben von Wetter, Klima, auch Übernutzung der Böden. Und deswegen konnte im 14. Jahrhundert die Pest zu einer solchen Katastrophe geraten, weil sich zu große Teile der Bevölkerung in zu schlechten Zustand befunden hatten. Es ist eben damals, wie auch in unserer Zeit, nicht gelungen, die Bevölkerung zu stabilisieren, sie wuchs über das tragbare Niveau hinaus oder sie schrumpfte, wie in unserer Zeit, mit viel zu wenig Geburten, dass wir zu einem Einwanderungsland geworden sind. Die Katastrophen des 14. Jahrhunderts hatten aber, das haben wir gehört, auch ihre positiven Seiten. Sie machten die nachfolgenden politischen und kulturellen Änderungen zur Renaissance möglich und bereiteten die Reformation vor. Ich meine, dass die Schlussfolgerung gerechtfertigt ist. Kulturgeschichte und Naturereignisse sind eng miteinander verbunden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.